Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der iTip-Serie. Heute Folge 4. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr schneller URLs in Safari eingeben könnt. Dazu öffnet ihr als erstes den Safari Browser. Klickt dann hier oben in die Adressleiste und jetzt könnt ihr zum Beispiel eine URL eingeben, beispielsweise Google. Da schlägt ihr mir jetzt schon vor .de, weil ich Google schon öfter aufgerufen habe. Allerdings könnt ihr, wenn ihr hier unten auf diesen Punkt klickt, poppt hier so ein kleines Menü hoch und ihr könnt hier verschiedene Endungen auswählen zu den Domains, zum Beispiel .com, .de, .org und so weiter. Ich wähle jetzt .de aus und sofort wird mir .de dahinter gesetzt und ich kann hier die Adresse aufrufen. Das geht natürlich auch mit jeder anderen Adresse. Ich kann jetzt zum Beispiel mal wieder Google eingeben und wähle dann hier .com aus, lasse wieder los und sofort wird mir .com eingesetzt und kann sofort Google.com aufrufen. Das war nur so ein kleiner Tipp, wie ihr schneller Domains in Safari eingeben könnt. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer AppleStuffTutorials.